Wo soll es hingehen? Wo sollen wir die Möbel mal kaufen können? Soll es in großen Möbelhäusern der Fall sein, nur übers Netz? Wie soll es laufen? Genau, es soll nicht bei großen Möbelhäusern sein, das einmal auf keinen Fall, weil es alles Einzelstücke sind. Es ist kein Massenverdruck bei mir und darum ist mir der persönliche Kontakt zu den Kunden ganz wichtig, weil das Möbelstück muss wirklich für den Kunden passen. Das kann man nicht einfach von der Stange oder einfach nur online bestellen. Klar, es gibt immer ein paar Sachen, die immer gleich sind, so wie zwei Schubladen, das kann man dann schauen und online bestellen. Aber wenn man jetzt wirklich Spezialsachen hat, muss immer der persönliche Kontakt im Vordergrund sein. Und das funktioniert nur über Messen und Ausstellungen und kleinen Schauräumen. Dann sage ich viel Glück auf der nächsten Messe. Danke schön, danke. Und tschüss. Ciao.